Franken ist da ein ganz wichtiger Teil. Franken ist ungefähr so groß wie ganz Oberbayern und damit haben wir schon mal beschrieben, was die Bedeutung ist. Es ist wirtschaftlich extrem leistungsfähig, es ist kulturell sehr bedeutend und ohne Franken wäre Bayern heute so nicht möglich. Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.